Musik Herzlich Willkommen beim täglichen Videostrategie-Ticker des Frankfurter Börsenbriefs, heute am Donnerstag, den 24. Januar. Thema des Tages ist natürlich, ich hatte es gestern schon angekündigt, Apple, die genauen Zahlen habe ich in unserem Update, liebe Freunde des Frankfurter Börsenbriefs, schon veröffentlicht. Die Aktie ist nach Börslich 10% im Minus. Das muss nicht besonders wundern, wer in der letzten Woche bei Bernecker den Stammtisch gesehen hat, der kennt ja schon die Argumente bezüglich Apple. Walter Thyssen hat es dort ja ausführlich dargestellt und der Kollege Stefan Schmidbauer vom Frankfurter Tagesdienst ebenso. Wir denken, dass hier eine grundsätzliche weitere Abwärtsbewegung noch angesagt ist. Wir hatten ja auch im Frankfurter Börsenbrief in der letzten Ausgabe einen Put-of Apple empfohlen. Der ist inzwischen eingestoppt und wir gehen davon aus, dass sich das Ganze noch ein Stück runter bewegt. Jetzt könnte man natürlich fragen, Apple hat doch Rekordzahlen vermittelt, hat eine Rekordzahl von iPhones verkauft. Die machen ja insgesamt 50% des Umsatzes. Sie sind gar nicht so teuer bewertet, haben über 130 Milliarden Dollar Cash in der Tasche. Wieso geht dann so eine Aktie noch nach unten? Börse hängt weniger an schlauen Analysen und fundamentalen Daten, sondern an Angebot und Nachfrage. Und Apple wurde ja in der Vergangenheit vor allem von denjenigen Anlegern gekauft, deren Strategie es ist, auf Wachstum zu setzen. sogenannte Momentum-Trader, die gewisse Trends mitnehmen und die gehen nach solchen Zahlen, wenn sich ein kleiner Zenit abzeichnet aus so einer Aktie raus und deswegen kommt die unter Druck. Und bis diejenigen, die aufgrund von günstigen fundamentalen Daten bzw. günstigen Bewertungen in so ein Papier einsteigen, das dauert eben seine Zeit und deswegen muss sich da erstmal ein Gleichgewicht bilden zwischen Angebot und Nachfrage und das ist noch nicht gegeben. Und deswegen wird nach unserer Erwartung die Apple-Aktie weiter nachgeben. Ein anderes Bild stellt sich derzeit bei EasyJet. Auch da habe ich die Zahlen heute schon im Update veröffentlicht. Ich hatte ja im letzten Jahr die Aktie besonders hervorgehoben. Letzte Woche haben wir sie nochmal ins Gold-Depot aufgenommen. Heute sehr gute Daten, dass der Umsatz pro verkauften Sitz ist um 8% gestiegen. Ich möchte das nur mal als einzigen Wert herausgreifen. Wie gesagt, die anderen Zahlen lesen Sie bei uns im Update. Aktie heute über 3% im Plus auf ein neues Hoch. Macht sich insgesamt sehr, sehr gut und deswegen mein Tipp des Tages, wer bei EasyJet noch nicht dabei ist, kann dies und sollte dies jetzt auch noch tun. Wenn wir eben so ausführlich von Apple gesprochen haben, dann warten wir natürlich auch auf die Nokia-Zahlen. Hier wird es erstmal seit 20 Jahren keine Dividende geben, aber Nokia ist inzwischen ja schon gut im Geschäft. In jüngerer Vergangenheit ist der Kurs auch gut angestiegen. Wir waren ja auch eine gute Zeit dabei. Wir gehen eigentlich davon aus, dass jetzt mal kurzfristig auch hier Gewinnmitnahmen einsetzen müssten. Wir sind sehr optimistisch für Nokia, insbesondere wegen ihrer Billigvarianten von Smartphones, die sich in den Schwellenländern sehr gut verkaufen, die sich noch kein Samsung Galaxy und kein iPhone leisten können. Und hier ist Nokia sehr gut positioniert in diesem Segment. Wir denken aber, dass wir hier nochmal einen Rückschlag von 10-15% im Kurs sehen müssen, bevor wir dann weiter durchstarten. Und das würden wir sehr gerne ausnutzen. Das heißt, grundsätzlich sind wir für Nokia sehr bullish, sehr optimistisch. Kurzfristig aus technischer Sicht kann es hier auch mal einen Rücksetzer geben. Einen Rücksetzer gab es auch, wo wir eben schon über die Turnarounds gesprochen haben bei der Commerzbank. Die will 4.000 bis 6.000 Stellen abbauen. In der jüngeren Vergangenheit gab es ja schon einige Programme, um Arbeitsplätze abzubauen. Und hier geht es im Moment noch weiter. Wir gehen davon aus, dass damit aber erstmal das Ende der Fahnenstange erreicht sein wird. Denn mit einer bestimmten Zahl von Beschäftigten muss man ja sein Unternehmen betreiben. Und insofern ist das Rationalisierungspotenzial bei der Commerzbank aus unserer Sicht damit auch ausgeschöpft. Eine wesentlich komfortablere Situation ist für Bayersdorf gegeben. Die haben im Jahr 2012 ihren Umsatz um 7,2% auf 6,04 Milliarden Euro gesteigert. Das macht insgesamt nach wie vor einen sehr guten Eindruck. Ist ja auch im Grunde unabhängig von den Konjunkturzyklen. Und im Gegensatz zu einer Fresenius oder Fresenius Medical Care auch gut im Sattel. Inzwischen mit einem KGV von 26 natürlich nicht mehr so ganz billig. Aber der Trend ist intakt. Und insofern bleibt es auch hier bei der Bayersdorf bei unserer Empfehlung, die wir ja schon vor längerer Zeit ausgesprochen haben. Und möglicherweise werden wir hier auch nochmal zurückkehren mit einem Hebelprodukt. Das hatten wir ja im vierten Quartal auch schon gespielt. Im Moment wäre auch hier eigentlich ein Rückschlag eine gute Gelegenheit, hier nochmal nachzufassen. Grundsätzlich sind wir auch für Bayersdorf sehr, sehr optimistisch. Was den Gesamtmarkt anbelangt, haben wir nach wie vor eine Pendelbewegung zwischen 7.650, 7.750 in dem Bereich. Und das wird sich wahrscheinlich auch so fortsetzen. Ich hatte es gestern schon mal gesagt, nach dem langen stetigen Aufwärtstrend wird jetzt auch erstmal eine gewisse Zeit lang dieser Seitwärtstrend bestehen. Ich bin aber der Auffassung, dass man über kurz oder lang bis Mitte Februar schon den Ausbruch über diese Marke schaffen muss, damit der Aufwärtstrend auch weiter Bestand haben wird. Das heißt, für die nächsten 10 Tage, 10, 12, 15 Tage kann man damit rechnen, dass es in dieser Range so weiter geht danach, aber der Ausbruch nach oben. Wir sind im Frankfurter Börsenbrief bei unserem DAX-Call noch nicht eingestoppt, beziehungsweise wir hatten hier ein Limit gesetzt, falls der Markt noch mal unter die 7.600 geht, was wir uns ja erhoffen, dass wir dann auf jeden Fall mit dabei sind. Das sind die strategischen und taktischen Hinweise für heute. Ich wünsche Ihnen ein gutes Händchen bei Ihrer Disposition. Machen Sie es gut bis morgen, Ihr Bernhard Glänzing. Vielen Dank. Vielen Dank.